Bandai Namco From Seathbill Da den Uchigatana Typen Da schon wieder das Update Keine Ahnung, was das für ein Fail ist So, wir wollen fortfahren Ich habe jetzt gerade im Vorfeld noch eben die 6000 Seelen zusammengefarmt, habe ein Level aufgewertet und bin dann direkt hier zum Feuer hin, ohne irgendwas zu machen Ne, also Moment Hallo Ne, Status Ich habe Attribute links unten auf Konditionen eingemacht, da sind wir jetzt 16, ich guck mal ob ich das abwechselnd mache, also wieder als nächstes und Konditionen dann wieder darauf und so weiter und so fort Wir müssten auch irgendwann mal auf Stärke gehen noch Aber da kriegen wir hin, so Jetzt aber Hackengas Da hören wir ihn schon schießen Ohne mich wagen zu machen Ohne mich wagen zu machen Guck mal wieder da So Ich weiß gar nicht ob jemand fallen Na ja, werden wir ja sehen Früher oder später, weil ich es hier mit meinem Mikro wieder So Und jetzt, ihr erinnert euch an die Typen oben auf dem Turm Der hilft uns jetzt hier Also der schießt jetzt nicht auf uns Und dann der schießt auf die Ne, wenn ich beim ersten Mal hier durchgelockt bin Weh, Junge Ah, guck mal Er sieht, was ich nicht sehe Vier Stück hat er jetzt gemacht Riecht aber ne Menge Loot, Leute Oh, da kommt noch einer Auf die Ommel Warte, mach ich sehe da gerade Schaut mal genau in das Haus rein Da bewegt sich was Was denn Was ist das Was bist du Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Rotauge My Boy Easy Oh, der erschreckt mich doch nicht so So, warte mal denn hier Eine Seele Oh, da läuft einer Da wo er jetzt ist Das holen wir uns auch noch Glut Junge weißer Zeug Oh Gott Ja, nicht so jung Große Seele Verstärkte Keule Oh, diese 30 FPS, ne Das ist echt ätzend Vielzappflug Arbeitergewinne So, was haben wir hier noch? Gibt es hier noch was? Hallo? Jo, da sehe ich schon was glänzen Alright Aha Aha Asche eines Bestatters Da haben wir noch was für die Verkäuferin Nice Da liegt auch noch was Was? Aha So machen wir das also Von oben Oh, da wo ich Gibt es damit hier Da muss ich Das muss ich mir echt noch einprägen Drauf zu Lol Wie viel haben wir denn da jetzt? Ach, guck mal da Für die Kleriker Einiges Okay So Na, drauf zu achten Wie meine Konditionsleiste Da sich verhält So So, ähm Ja, wir müssen Ja, das Ding wollte ich da noch Ach, guck mal, das habe ich auch nicht gesehen gerade Arbeiterhut Jo, gut Und steht hier Neben der weißen Birke prasseln die Pfeile eines Riesen herab Das ist wahrscheinlich wieder so ein Hinweis vom Spiel Das muss ich gucken Wo wir da rüber kommen Jump Oh, jetzt muss ich das wieder machen Laufen ist mit Kreis Richtig? Richtig Und springen? So, gut Muss ich das mal wieder Falsch machen So, da war das mal So Ein bisschen mehr nur Jawoll So, wann haben wir hier Ich dachte, da steht einer Untoten Knochen-Splitter Uuuuuh Hier lag der Also Wurde mich nicht mehr so dran erinnern, was das ist Werden wir gleich sehen Aber wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Hier, ne? Oder? Ja, sieht so aus Ja, komm ich mal Jawoll Da noch was? Nee Okay Weiter im Text So So Da oben dich noch mit Was ist denn mit ihm, ne? Reckdoll Reckdoll Okay Okay Nice Großeszenso Oh Anni, wir müssen ja Kappanada Uwa! Check! Was? Scheinbar Drei Wand voraus Na Das glaube ich aber ja nicht Seht ihr, das meinte ich mit Trolle Schlecht Yes Danke So Da ist offensichtlich ein Bossfight Ne? Das sieht man halt immer an den großen Arenen Was haben wir denn hier noch? Und schon sind wir hier Ihr erinnert euch Hier ist die Nachricht mit dem Ofen So Und da unten ist sie Ich nehme jetzt Was war hier? Der Baum Baum? Da ist Baum Oh, wenn er genau hinsieht, der bewegt sich Wie mache ich denn jetzt nochmal den Bogen? Achso Oh ja Jetzt sieht man es deutlich Okay Ich will jetzt nicht so weiter rein Ich will ihn jetzt nicht triggern Weil wir noch etwas Wertvolles bekommen haben Und dafür nehme ich jetzt eine Knochen Oh ne Äh, Feuermannschrank Jawohl Ach, hausch Jetzt rüsten wir uns noch ein bisschen Ich habe die Uhr nicht gemacht, ich volle Idioten Mann Ähm Das ist typisch ich So Ja, lauf mal Ich weiß jetzt nicht wie lange wir gemacht haben Aber damit ich das so ein bisschen einschätzen kann Ähm Ja Hatten wir was bekommen Ja Die Kleriker-Sachen Ich hoffe ich bin nicht so leise Ähm Organisieren Das sind so Items Die nehmen wir immer mit In den ersten Dingen Die Großkeule hat, beziehungsweise die verstärkte Keule hatten wir noch nicht Den haben wir auch noch nicht Die sind sie auch noch nicht Was ist das hier? Der Blauholzschild Physisch 56 nur Aber Magie ist relativ hoch Abwehr Okay Hut Okay So Den haben wir Den können wir verticken Die Robe Fluch 68 Auch Relativ gut Die habe ich glaube ich noch nicht Die hatte ich letztes Mal nicht Eingelagert Sondern verkauft Aber auch egal So Die Handschuhe Die Hosen Und Das war's Nein Da Ich bin zurück Und ich werde noch des Öfteren kommen Ach ja Guck mal Gut, dass jeder da immer hinschreiben Ich hätte jetzt schon wieder vergessen, dass ich die Asche gefunden habe Give it to me Ja 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 Dann zeig mal her Was hast du denn dazu? Und wenn wir erstmal verkaufen waren Und zwar Ja Diesen hier Sind zwar nur 30 Seelen, aber ne Klein wie man hat auch mehr ist Ne Den empfinde ich nicht eher Ne Und so weiter Das habe ich wieder falsch gedrückt Ja 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 Vergesen Das verstehe ich nicht Letztes Mal da gejubelt Kaufen Ja Was hast du denn da Neues? Ähm Ah Ich glaube das hier ne Oder Ich denke ja Ja Was ist das hier? Getrockneter Finger Sollte mit größter Vorsicht Benutzt werden Okay Das haben wir Weiß ich nicht was sonst noch Schlüssel Moment Grabschlüssel Schlüssel zur Tür Hm Hm Ihr wisst Da wo die große Ratte war Da Das ist der Schlüssel dazu Soll ich das jetzt als erstes machen? Verdammt nochmal Ja 1500 Okay So jetzt zeige ich euch mal wofür Die Seelen da sind Die wir da immer finden Ab und sonst hatte ich nichts ne Ach ne ich bin ja jetzt hier im Verkauf Ding Ja das sind die Zauber Die ich noch nicht machen kann denke ich Haben wir hier noch was neues Glocke Vielleicht Schilde Ich weiß es nicht Kettenrüstung Hm Pfeile Ringe Okay So besser 1500 hat der gekostet Na Dann zeige ich euch jetzt mal Was man damit macht Lagerkiste Seelen Ne warte mal kann ich das nicht aus dem Inventar heraus? Ich glaube doch ne Das weiß ich nämlich nicht Ich mach das so selten Inventar Genau Seelen Hier Da Schwindende Seele Wir brauchen 70 Und bekommen 50 für eine Ja Ja Seht doch so einfach geht das Dann brauche ich jetzt nicht wieder raus um zu fahren Dafür die paar Kröten da ne Ähm Was war das jetzt hier die ne Ein bisschen was brauchen Ja komm mach Ist egal Okay Ah Ich war auch so lange weg ne Schalüssel Her damit Danke See you around See you around So wo war Wo muss ich die neuerzahme hin Das ist die Brücke Die kaputt ist Und hier Das Ding haben wir gefunden Untoten Knochensplitter Jawoll Da wo ich gerade gesprungen bin Jetzt können wir ähm Moment Das seht ihr jetzt unten Estos Plakon plus 1 Er halt jetzt etwas mehr Als sonst Mehr ist das nicht Ja was heißt mehr ist das nicht Ich bin dankbar So ähm Wir wollten Einmal zur Brücke Genau Hier hin Währenddessen ich die Anlage wieder anmache Heiligen Ring Gut Währenddessen wir da unten rumlaufen Fällt mir dann gerade ein Haben die eigentlich nur noch da wo der Drache ist Ne Oder hab ich da was vergessen Ich weiß es nicht Ja ich weiß Aber die sind nicht ungefährlich die Ratten Sehen die mich? Ja Da haben sie mich schon Hallo Warum halten die so viel aus? So diese Tür hier meinte ich Reiner Wo was steht da? Ja Geheimnis Ja Äh Lendentuch Was ist das denn? Muss ich wissen Sonst vergesse ich das wieder Lendentuch Ist das eine Waffe Oder ist das hier irgendwie so ein Item Na Na Hier Okay Glutum Hm Keine Ahnung Aber nur Erlende Tatsan ist wieder da So Was war das jetzt? Moment Was stand da? An der Statue An der Statue von Velka beten Vergebung erbitten Es wurde nicht gesündigt Na da bin ich ja schon mal froh Läuterung erbitten Du bist nicht verflucht Okay Das ist auch gut Rutsch Rotgriff Hellebarde Mach das weg Schmerz Da sehe ich doch schon das Schwert Oh Gott Zwei Oder wat? Oh Rollen 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 Was habe ich denn wieder Anlackt Ausgegangen? Skeletor Wer kennt den noch? He-Man Seele eines unbekannten Reusenden Huch Oh Da steht auch noch Okay Ist alleine Die parieren aber sehr gut Das war jetzt Nicht so gut Junge Raste doch nie sehr aus Hab ich da noch einen geweckt? Oder 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 Okay 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 Oh Oh Hat shot Nice. Was hast du dir nur so gedacht? Freundchen. Oh, das war nicht cool. Da habe ich zu spät zurückgewichen. Oder bin ich zu spät zurückgewichen? Okay. Was war das? Ach, du Heilige. So. Jetzt sind wir da unten. Jetzt sehe ich da aber auch noch eine Echse. Ja, wie pulle ich die jetzt? Ich hoffe, dass ich die jetzt nicht verjage dadurch. Oh, ne? Scheint nicht so. Okay. Kommst du? Ne, er will nicht. Ist da hinten noch was? Guckt ihr mal genau hin, Leute, wenn ihr spielt, ne? So, dann holen wir uns jetzt mal die Echse, die da ist. Willst du die mal? Vielen Dank. What the? Das ist der Nachteil vom Ding. So, da war Loot. Da oben sitzt er. Kann man den sehen? Ne, kann man nicht. Aber da sitzt der Typ drauf, wo wir rausgekommen sind, der da runtergefallen ist. Der ist dann wahrscheinlich hier komplett runtergefallen. Ne? Ja gut. Looten wir mal ab. Titanitsscherbe. Ne Clammer. Hallo? Was war das? Yo! Ne, 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 ne. Da war Loot, habe ich gesehen, glaube ich. Wo war das jetzt? Ach nee, da war die Echse. Okay. Oh, da kriegt man immer einen Herzinfarkt ein, nach dem anderen hier, du. So. Wie bist du denn gestirbt? Oh, mit, oh. Einer, der mit Armbruch spielt. So sieht man selten. Huch, da hat's ihn erwischt. Keine Ahnung. Ne, hier mal was. Ne, ne. Okay, dann gehen wir weiter. Was war hier noch? Uiuiui. Oh, da ist der Blut. Hier hängt der ab. Schild voraus. Ja, komm. Manche Leute sehen ihn einfach nicht. Geh mal ihm an. Geh mal ihm an. Geh mal ihm an den Clus. Okay. So. Da hat. Ne, ne. Sieht nicht so aus. Mob gehe ich nach voraus. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Gehen wir doch einmal in unseren Winter. Oh, jetzt haben wir die dicke Rolle, aber das macht nix. Oh, da sehen wir schon. Hallo, Jungs. Oh, ich schmerle ich mal schön kreuz und quer rein. Da haben wir schon wieder getreten, aus Versehen. Fragt mich, wie? Dann sag ich L1 oder L3 und Trik, äh, L-Kreis oder was auch immer. So, hau rum, na. So, kommt da noch was? Seid ihr fertig? Ja, gut. Da ist mein Handy wieder. Deswegen habe ich immer ein zweites Schwert mit. Jetzt wusste ich natürlich, was kommt. Ne, aber wenn man dann mal überrascht wird oder so, dass man dann schnell umswitchen kann auf eine andere Waffe. Denn der Degen, ne, der haut wie gesagt nur nach vorn. Oh, na, na, stößt. Was haben wir da? Leichnamseele. Leichnamseele, auch gutes Deutsch, doch meine Güte. Heiligen Talisman. Hm. So, dann mal hoch hier. Ihr Junge, gib mal Gust. Gust, gib mal Gust. Aber heute, ja, voll neben der Spur hier. Gustav. Gust, Gustav. Wer kennt's? Ach, schaut mal an. Hier sind wir. Okay. It's me. Oh, man kann ihr Gesicht sehen. Was ist das denn? Little Kreaturen. Touch me. Okay, Lady. Das sag ich im Leben, äh, lass ich mich nicht zweimal sagen. Oh, yes, they were. So close, indeed. Gebeet. Dann bin ich nicht entweder allein. Just yet. Ist doch nicht. Praise the merciful gods above. Gebeet. Oh, forgive me. Ich bin Irina von Kareem. Ich kam zu dieser Land, damit ich ein Feuerkeeper sein kann. Deine Gefühle hat mich aus der Schmerz. Du bist ein Champion, dann. Ich bin weich und nicht fit, um die Flamen zu entdecken. Aber wenn es dich nicht schreckt würde, könnte ich in deinem Service entdecken? Oh, danke, süßes Champion. Ich werde mein Herz nehmen. Ich, Irina von Kareem, entspricht mich, um dir zu helfen. Was? Woher wüsste ich das? So, da, Isa. Wer möchte denn noch mal probieren, diesen Loot herunterzuholen? Ihr erinnert auch nicht. Kommt wieder zu, komm ich mit dem Buben sahne. Oh, da bleibt doch nicht. Oh, da ist aber einer Rehnsucht nach mir. So, hallo. Was ist das jetzt, Junge? Ich bin Egon. Egon? Ich bin Egon. Okay. Oh. Oh, right, I got you. What's the matter? Okay, alles klar. Hehe. So. Dann nehme ich jetzt mal kein Knochen. Jetzt machen wir mal... Da unten war ja das Feuerchen. Jetzt muss ich mal gucken, wo lang der... Na, wir wollen auch. So. Geil. Dann haben wir sie auch frei. Nice, nice, nice. Jetzt bin ich mal überlegen, was ich mache. Äh... Jetzt gehen wir noch einmal zum Feuerbahn schreien. Reden mit ihr. Aha, ihr habt den First-Try gemacht. Aber er macht es eigentlich auch richtig. Immer hin und her. Aber das ist eine Glückssache bei dem Mom. Habt ihr ja gesehen, ne? Das war teilweise echt eng. Warum sagt man eigentlich immer er? Vielleicht hätte es ja auch eine Sie sein können. Ne? So. Wir wollen reisen. Zum Feuerbahnschreien. Ich hab schon wieder 20 Minuten auf Uhr, Leute. Ich will euch noch den... Na, Mann. Aber ich will das auch nicht immer so lang machen. Da muss ich euch leider vertrösten auf die nächste Folge. Oh, wie gesagt, ich... Das ist immer zu lang, ne? Aber das ist... Das ist halt so im Dark Souls. Es geht einfach nicht anders. Ihr seht ja. Wie schnell die Zeit rumgeht. Oh, Champion of Ash. Willkommen zurück. Ich war nicht so, ein Feuerkeeper zu sein. Aber ich bin honnend, dass ich dich neben dem Bonfire stehe. Du bist willkommen. Die Gäste sind immer glücklich. Meine Gratitudine liegt mit ihnen und mit dir. Ich bin dein jetzt. Deine Wille ist meine Kommande. Nein, nein, nein. Du bist frei. Du bist frei. In meinem Haus von Karim, ich war ein Mann. Oh, ein Mann. Ich wäre glücklich, die Geschichte mit dir zu erzählen. Aber ich bin ehrlich, ich weiß nur ein paar. Aber wenn ich eine divine Tome hätte, dann könnte ich dir viele Dinge und mehr erzählen. Oh, sie will auch Bücher. Sie will auch Bücher. Schade, aber du musst mir eine divine Tome finden. in Braille. Natürlich, mit Bläden Schrift. Okay. Okay. Wie sollen die Bücher bringen? Ah, sie macht Wunder. Kümmern wir uns später drum, wenn wir das wirklich mal machen. Was hat sie denn so? Ein Ring, Heiligen Ring. Erlaubt einstimmen? Zusätzlicher Zauber? Machen wir doch nicht. Wie gesagt, ich will mehr so auf Nahkampf gehen. Okay. Mehr hat sie nicht. Alles klar. Jo. Wir sehen uns. Lady. So. Haben wir hier noch was? Ist er wieder da? Nee, ist auch nicht da. Okay. Da gucke ich jetzt noch mal ins Inventar. Ich weiß nämlich nicht, was ich noch alles gesammelt habe. Ah ja, die Lenden waren das, ne? Gefängnisschlüssel hatten wir, ne? Dieb. Den Auf... Ja, genau. Kanälasation und jetzt gerade. Nee. Ja. Und der Turm, genau. Schade, dass man die benutzten Schlüssel nicht aus dem Inventar legen kann. Ähm. Nee. Ich hatte doch alles, ne? Ja, gut. Lagern wir jetzt ein. Die Lenden. Moment. Ach nee. Und die Hellebade noch, genau. Hier nur was? Nee. Heiligen Talisman. Was macht das? Ich glaube, das ist für Wunder oder irgendwie sowas, ne? Ich hab keine Ahnung, oder? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, das ist Wunder. Schädelt. Oh Gott. Die werden ja immer schwächer, die Schilder, die ich hier finde. Was ist das denn? Nein. Lenden raus. Okay, dann war's. So. Dann. Nee, Vateropferung wollen wir nicht. Wir wollen und jetzt überlege ich gerade, wie wir laufen am besten. Ist eigentlich schon egal. Von hier unten. Denn da, wo wir jetzt hinreisen, da starten wir das nächste Mal. Ich muss euch leider vertrösten. Ich hab mal auf meine Uhr 23 Minuten jetzt. Und ich weiß nicht, wie lange ich vorher gespielt habe. Und ich will das nicht immer zu lange machen, Leute. Das ist, ne? Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Denn 40 Minuten. Wer setzt sich da 40 Minuten hin und hört den Bekloppten dazu, ne? Also, mich, mich. Ja, genau, mich. So. Wie gesagt. Den Boss machen wir das nächste Mal. Ne, den wir da. Ne, der ist da drin. Dann machen wir dann das nächste Mal. Ähm, ja. Habt einen schönen Abend. Und wir sehen uns. Auf Wiedersehen.